Die integrierte Mannschaftskabine bietet der Mannschaft ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort. Ein wichtiges Kriterium in Sachen Sicherheit ist dabei die Stabilität des Fahrzeugs, besonders bei erhöhter Geschwindigkeit, denn die integrierte Kabine unterstützt dabei, das Fahrzeug zusätzlich zu stabilisieren. Die Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen und das auf Wunsch eingebaute komplette Rollover-Airbag-System mit Gurtstraffern für die äußeren Sitze im Mannschaftsraum sorgen für noch mehr Sicherheit. Das zusätzliche Intercom-System, das in den Nackenstützen integriert ist, ermöglicht eine stressfreie und deutliche Kommunikation, auch bei geöffneten Fenstern und eingeschalteten Folgetonhorn. So trägt die integrierte Mannschaftskabine zu einer sicheren Fahrt zum Einsatzort bei.